Hallo und herzlich willkommen bei Additio, dem neuartigen Unterrichtsmaterial für Bläser. Ich bin Jörg Sommerfeld und ich habe Additio entwickelt. In diesem Video geht es um Additio Merry Christmas. Das sind 36 Weihnachtslieder in Form von Spielpartituren für junge Bläser. Die passen zu Additio, sind aber auch für alle anderen jungen Bläserbesetzungen, von Trios, über Bläserklassen bis hin zum Blasorchester geeignet. Die Spielsätze sind sehr leicht. Sie sind dreistimmig gesetzt mit einer optionalen Bassstimme und einer speziellen Zusatzstimme, vor allem für das Horn. Sie sind in der Schwierigkeit fortschreitend angeordnet. Die ersten Spielsätze schaffen Bläserklassen oft schon im ersten Unterrichtsjahr. Das ist dann von Sommerferien bis zur Weihnachtszeit relativ kurz, aber das ist machbar. Additio Merry Christmas bietet eine attraktive Mischung aus traditionellen Weihnachtsliedern und amerikanischen oder amerikanisierten Titeln in Jazz- oder Popstilistik. Alle Stücke sind auf YouTube mit Notenbeispielen zu sehen und zu hören. Außerdem kann man auf additio.de in den Ausgaben blättern. Additio Merry Christmas ist genauso aufgebaut wie das bekannte Unterrichtsmaterial Additio. Die Spielpartituren der Schülerausgaben sind binnendifferenziert. In jedem Stück sind also leichtere und schwierigere Stimmen eingebaut. Man kann also mit Additio eine Lerngruppe auf unterschiedlichen Niveaus unterrichten. Das ist die grundsätzliche Idee. Für jedes Blasinstrument gibt es auch noch eine spezielle Stimme für ältere oder besonders leistungsstarke Schüler auf additio.de zum Download. Dort gibt es auch noch viel mehr kostenloses Material. Ein Textheft, Noten für spezielle Instrumente wie das Fagottino, offene Dateivorlagen für Notensatzprogramme und Schülerstimmen zum Mitspielen für Keyboard, Klavier, Gitarre, Drumset und alle Streichinstrumente. Die Streicherstimmen habe ich zusammen mit Edith Langgartner entwickelt, einer ausgewiesenen Spezialistin für den Streicherklassenunterricht. Das hat natürlich alles seine Grenzen wegen der Bläsertonarten. Dennoch ist es nach meiner Kenntnis das erste Mal, dass ein Unterrichtsmaterial für Bläserklassen mit Streichern zusammengedacht ist. Für die Ensembleleitung gibt es in Additio Merry Christmas anders als im Basismaterial keine Partitur, sondern eine übersichtliche, querformatige Direktionsstimme. Da ist auch die Lehrerklavierbegleitung mit eingedruckt. Außerdem ist dieser Direktionsstimme ein Lead Sheet beigefügt. Das kann man zum Beispiel verwenden, um mit einer Lehrerkombo die junge Bläserbesetzung zu begleiten, was dann noch mehr Besetzungsoptionen gibt. Wenn Sie Fragen haben oder mir von Ihren Erfahrungen mit Additio oder Additio Merry Christmas berichten wollen, nutzen Sie die Homepage additio.de. Über das Kontaktformular dort bin ich direkt erreichbar und ich freue mich sowohl auf Ihre Fragen, aber auch über Berichte, wie Sie Additio einsetzen und welche Erfahrungen Sie gemacht haben.